Wir wollen mal sehen, was mit unserem Miss Karneval der 26. Saison passiert. Naja, und last but not least werden wir heute das Geheimnis lüften. Unter welchem Motto steht dann die Hauptveranstaltung im Thema? Aber bevor es soweit ist, lasst uns jetzt Taten sehen, Taten folgen. Und als erstes begrüßen wir unsere Jüngsten, unsere Funkengarde für euch jetzt und hier in der KGW. Bitteschön. Ja, einmal im Jahr, da ist richtig was los. Und alle sind partybereit. Man tanzt auf den Straßen, die Stirnfuhl sind groß. Wir sind in der nervischen Zeit. Überall sieht man große Kostüme. Mit Menschen drin, die sich verstehen. Es ist Karneval, es ist Karneval. Alle tanzen und dann bringt Kaffee überall. Er ist nur Karneval, er ist nicht Karneval. Und die Kost geht ab, auf jeden Fall. Geh ich als Signaler oder als Pirat? Als Hexe oder Brockenwurst? Versteine ich mich als ein Rütter-Solkan oder ein Ferdinand-Ford. Überall sieht man Leute, die lachen und feiern sich tief in die Nacht. Es ist Karneval, es ist Karneval. Alle tatschen und lachen Party überall. Es ist Karneval, es ist Karneval. Und die Kost geht ab, auf jeden Fall. Es ist Karneval, es ist Karneval. Alle tatschen und lachen Party überall. Es ist Karneval, es ist Karneval. Und die Kost geht ab, auf jeden Fall. Es ist Karneval. Es ist Karneval. Und die Kost geht ab, auf jeden Fall. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag 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 des ZDF, 2020 Heimat Mittenburger Land Lieben wir die Heimat Mittenburger Land Ja, liebe Herren und Aranesen, und jetzt gibt es den Funkenmarsch Teil 2, jetzt sind unsere Großen dran und auch hier freuen wir uns ganz besonders auf die jetzt anstehende Darin.